Der Mann des Schattens Der König des Lichts grüßt sie und sie treffen sich am Fuße des Regenwobens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen im Tempel von Arche Köln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem armen Drachen kehrt niemals mehr zurück. Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem Sprecher Der Moore und Schatten von Lars Wesen 5 Manfred Wesen 5 Wesen 5 Wesen 6 Wesen 6 Wesen 5 Wesenet Wesen 7 Wesen 저희 Wesen 8 Wesen 5 Vielen Dank.